Niko, ich werd's erst speichern zu lernen, nee, halt, ich werd's erst lernen zu speichern, genau, andersrum. Was sind das für Lieder? Ich hab' eine Ahnung, es sind auch Lieder von vor einer Woche. Ne, ne, was los? Ne, Trus wollte es doch. Was denn? Aha, 100 Millionen Kabelsalatos. Ihre Haare wehen im Wind, fehlt eigentlich nur noch die Titelmusik zu Titanic. Ich hab' doch... Jetzt kommen nur Geräusche durch. Was für Geräusche? Was für Geräusche? Bist du dumm, nimm doch das schicke Werk! Ja, ich hab' WhatsApp nur für WhatsApp. Erstmal hier in Hinter... Was? Hinter... Püpfikon. Wer hat sich denn diesen Namen auszut? Wer war da so besoffen? Na, jetzt mal ohne Witz. Wer... Wat? Genau. Hinter... Hint... Hint... Püpfikon. Gibt's das? Ey, ich will... Neu, das war... Fuck. Ich rede grad mit dem Gemüt... Gemüt... Mit dem Mikro, das gibt's doch nicht. Ups. Genius. Ja. Ich hab's falsch... Ich hab's falsch... Likon! Antworten! Liko! Könnt' ich jetzt auf Julis PC zugreifen, könnte ich das ja machen, aber... Ne, hat er noch nicht eingestellt. Beziehungsweise, es hat noch nicht so weit gehackt. Ja, kein Plan. Okay. Du gehst jetzt sicher nicht hoch zur Stärke. Das kann... Das streißt dir aber auch ganz rot im Kalender an, dass du da nicht hoch gehst. Ganz rot im Kalender? Aha. Keine Ahnung, ich frag nicht. Ich fick die jetzt alle weg, pass auf! Pass auf! Oh Gott! Hallo! 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 Alles cool! Jaaa! Guuuut! Das Rennen geht keine Minute und du hast zwei Unfälle gebaut. Ach! Ich hau die jetzt aus dem Rennen. Das muss ich jetzt hier aufholen. Mit meiner Speediness! sehr schön komm schon alles klar dein frontflügel ist jetzt schon am Arsch ja und ich bin vorhin auch ohne frontflügel gefahren ist kein Problem hier kannst halt nicht fahren aber ist halt oh jetzt kommt die Todesko alles klar oh na gut das ist die Todeskurve oh nicht mich drehen Hallo Hurensohn Reifenschaden irgendwas dein rechter Reifen hinten ist komplett am Arsch ja oh oh ich hab keinen Bogen ich hab keinen Bogen ja Server 2 wieso fahr ich wieso fahr ich wieso fahr ich Hallo Hallo Ich fahr einfach ja das ist ein bisschen ähm wie kann ich anhalten bremsen es 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 oder deine die Idioten die da momentan unterwegs sind ja dann einfach linke Spuren überholen ähm das ist keine Autobahn es was überfahren eine roten Ampel halt ich brauch Man, keep cool, keep cool, it's all not that. Okay, mein Controller ist falsch eingestellt. Ja. Wie kannst du eigentlich? Super! What? Warte mal kurz. Upsa. What the fuck? Was ist jetzt los? Na ja. Yo, alles klar. Nice. Was macht der? Jetzt hat der mich hier... Wow. Titi. Frag nicht. Okay, dann lecker. Alles ordentlich, du fährst im zweiten Gang. Wär ich? Wär ich? Was sonst? Mein LKW kennt als niedrigstes den fünften. Aber das ist ja noch ausreichend. Ja. Wenn deine Liter runtergehen. Minus eins. Minus eins. Minus eins. Minus eins. Minus eins. Und ich bin bei mir auf der Mitte nach der Spur gefahren. Er meint einfach vor mir direkt rein zu ziehen und damit meine Komplettentzugmaschine rein. Dass es mich mitsamt Hänger auf der Autobahn querstellt. Hallo? Hallo? WTF? Jetzt dreh dich endlich mal wieder richtig. Wo muss deine Heavy-Fracht hin? Nach Liesch. Weil ich muss jetzt kurz essen. Das dauert 10 Minuten. Ich liege auf dem Kopf. WTF? Ich dreh mich? Was ist denn jetzt los? Ich liege auf dem Kopf. Wie ich immer das hingekriegt habe. Aber ich liege auf dem Kopf. Oh, das war knapp. Wo ist das Loch? Ja, warte. Warte. Nee. War falsch. 20 Minuten. Okay. Warum war das falsch? Nein, das er es nicht so gemacht hat. Na, mh. Ja, seid recht. Hä, kann mir mal bitte jemand den Schlag erklären? Macht mal bitte da von jemandem einen Clip. Bitte. Den Schlag möchte ich gern erklärt haben. Ich muss mich sagen, der Fall ist es gut. Ich habe nicht zu. Ich bin einfach.